Die Idee ist herauszufinden, da ist die Nationalität wahrscheinlich sehr gefragt, das Ganze zu optimieren, dass das weniger Standzeuge sind, sondern die fahrbaren Untersetzer, so zu sagen, auch in Bewegung sind. Und trotzdem möglichst viele davon profitieren können. Das ist eine Idee, so schnell wird das nicht kommen. Aber die Stadt Martini hat mit 80 Fahrzeugen und 320 Teilnehmern einen solchen Besuch. Wenn man mit 23 Teilnehmern und 80 Fahrzeugen einkauft, dann kommt ein anderer, ja, nicht mehr das Auto, das steht zur Verschöhnung. Und dann kommt es raus und dann ist es selten. Aber während, jetzt, das ist eine gute Idee. Also in der Migros unten. Es geht ja keiner zu Fuß in der Migros mit dem Auto nach Hause. Wenn er schon in die Migros gegangen ist, dann ist es wahrscheinlich der jetzige, augenblickliche Benutzer. Ja, schon, aber da kommt ein Jus, dann kann... Hey, ist nicht heimisch. Hahaha! Hahaha! ским Ich sitze! Wir haben eine gute Idee. Und der Fährstahl?